Hier darf ich euch unseren neuen Schiebehaft 2.0 vorstellen. Er hat einen sehr massiven, robusten Fuß mit einer eingewalzten Säcke, damit der Neutekopf nicht an der Schade anliegt. Aber das Besondere ist, der haften Kopf ist eingefalzt, so dass er nicht verlierbar ist, kann nicht abfallen und wir haben einen Schiebebereich von 85 mm, wo sich der Haft bei Wärmeausdehnung nicht bewegen kann. Den Haft gibt es in drei Höhen, 25, 28, 32, in Edelstahl, in Kürze lieferbar. Ab sofort unter www.maschinen-stockart-shop zu bestellen. Wir freuen uns.